Die Augsburger Kahnfahrt, eine uralte Institution wie das Augsburger Kasperle und der Steinernemann, erwartet ihren Besuch. Seit 130 Jahren bewirtet die Familie Barlock einheimische Gäste und Touristen aus aller Herren Länder mit Spezialitäten aus der Region. Malerisch am Ufer des Augsburger Stadtgrabens gelegen, ist die Kahnfahrt das ideale Ausflugsziel für Familien und Erholungssuchende. Das altehrwürdige Gemäuer bietet Platz für Erlebnisgastronomie auf höchstem Niveau. Besonders bekannt ist das Augsburger Original für die himmlischen Fondues, die selbst wahre Gourmets zum Jubilieren bringen. Ob klassisch oder mit Käse zubereitet, die Fondues der Kahnfahrt muss man erlebt haben. Für die Freunde der süßen Genüsse bereitet das Team auch gerne Schokoladenfondues zu, die mit frischen Früchten ein wahrlich unvergesslicher Höhepunkt eines Ausfluges sind. Weitere Informationen zum Erlebnislokal mit Bootsverleih finden Sie auf www.augsburger-kahnfahrt.de www.augsburger-kahnfahrt.de www.augsburger-kahnfahrt.de